Damit, seid gegrüßt, willkommen zurück zu einem neuen Part bei Duskates 3. Und der Kampf hat direkt schon angefangen, bevor die Aufnahme starten konnte. Tja, was wollen wir denn werfen? Wir können einen Ring werfen. Immerhin. Hm. Ich soll jetzt mit ihr hier oben stehen bleiben. Das wird das Beste. Oh, nochmal. Brut vom Beam. Das sind alles Blitzer. Die haben meines Wissens nach keinen Punkt. Okay, das war schnell. Die haben alle nichts wirklich dabei. Die haben alle Gäste. Die haben alle Gäste. Und hier können wir noch regen. Zu spät. Ich habe ihn gesehen. Drager, ich weiß es nicht, erschert mich nicht. Eure Fragen gehen mir auf den Geist. Zeig mir eure Waren. Ok, hat er irgendwas wertvolles? Kettenhemd. Gleichgewicht, du erhst, ein Bonus im Ganzen auf Geschicklichkeitsrettungswürfer. Ja. Und wegen der Hiebschaden. Hiebschaden, du erhst, eine Stärkung der Rettungswürfer. Ja, du, das sind jetzt nicht so, die Rüstungen. Das sind nicht so phänomenal. Ein Fliegel. Ein Arbus könnte man nehmen. Die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Amulette, die Gelesung, das ist gar nicht, das ist gar nicht schlecht. Und wir brauchen. Heute kommt da. Drohnenhagel. Da haben wir wieder kein Geld für. Kälte trinken. Milch hier mal ab. Ich stehe für die Geschwindigkeit. Naja. Oh, nicht so wirklich. Kann sie kriegen. Typischer Saison kriegen. Typischer Saison kriegen. Du musst dir eins in hier reinpacken. Oh je. Das Schema personengebunden. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Und die Färber werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Und die Beliebsstrahl. Die Warenplätung können wir verkaufen. Ähm. Da können wir uns eine von der Leiche wiederholen. Ähm. Das ist der persönliche Ressistent. Ja, das begrüße ich, dass ich etwas nutzen werde. Das können wir nicht trennen. Wir können unser ganzes Geld geben Können wir handeln Gute Genesung Das wollte ich haben Die Armbots ist gar nicht übel 3 bis 8 Schen 3 bis 12 Schen Nicht genug Dann bin ich Pleito Ich habe ihn gesehen 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 Wir brauchen mal eine längere Rast... oder was eben... ...Störung und so... Still auf meinen Fuß. Ein Fehlschlag. Toll. So nehmlich. So... Sind hier noch welche? Ne, da drüben sitzen die Begner. Oh wow. Wurde sie aushalten. Die Begner hat's... ...hin gerafft. Ach, die ist auf unserer Seite. Und sonst gehen wir... ...neur drüben... ...ääh... ...Mikro-Regen... ...war der Begriff. Ach gut, hier wollen wir Unterstützung brauchen. Ach, jetzt sind die Demots. Was? Toll. ... 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 Wird ich jetzt Rettungswerfer? Warum nicht? Nein, ich würde nicht so viel Rüstung geben. Das ist aus dem unten. Ein Donnerhage. Tastarion noch. Ich schoss von Kennerick. Ein Donnerhage noch Lärm. Hm. Still breathing, despite everything. What's in here? At the ready. Hier liegt noch Trank rum. Und sie rennen durch die Säuber. Ist klar. Die rote Toto. Die haben wahrscheinlich nichts dabei. Nichts. Jetzt müssen wir die bald alle ausgerutet haben. Die sind immer von der Wälder. Dann mach ich mal ne lange Rast. Dann gehts weiter zu den tiefen Zwergen. Nein, wir müssen den Ehemann von ihr noch töten. Ich gebe es einen Schuss. Ah, der liegt global. Der Ginny. Nein, der rote Fabrik noch. Oh, ein Gespräch. Die rote Toto. Den mir hier eine tolle Katz ziehen. Oder vielleicht auch eine nicht so tolle. Tiere sind meine Sorge. Was ist los? Keiner tut den Tieren und was? Was ist los? Mit ihm umgeben. Kratzer blickt er wieder in den Kopf zum Jungen hinein. Alles ist, alles ist in Ordnung. Eine Fünf. Wir haben es geschafft. Scratches Taill wagt furiously. Diese zwei haben firm Freunde geworden. Nichts. Both animals look fine. Watching you expectantly. Okay. Na dann. Sehr gut. Kann ich mit Tieren sprechen? Wir müssen auch Vertrau dran gucken. Irgendjemand hat doch nichts zu entsprechen. Mit Sastarium. Ne, mit Toten. Dann. Na dann. Wenn wir hier rückwärts lücken wollen wir dann nicht. Ne. Wait. Wenn wir hier rückwärts. Zum Strand waren wir zurück. In die Richtung ruhig. Guck. Na. Wenn wir zum Glück schon jetzt aufgeräumt. Wenn wir uns noch einen Klitzensgarre nehmen. Zu schwer. Mist. Hier machen wir schon. Hier ist aber vielleicht nochmal hoch. Hier geht es tief runter. Wir haben jetzt ein Geschwert noch nicht gefunden. Das war irgendwo am Anfang. Jetzt wird es den grünen. Schwert war irgendwo hier. Ich vermute das hier so in der Richtung. Ist da noch irgendwas? Was? Ach ja. Da gibt es das dritte mit dem. Da können wir noch einen Zwerg töten. Oh. Oh. Da hier. So. Werfen wir uns keinen Feuerfeil. So. 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 Oh. Explosionszugrücken. In der Not gehen. Eine Notitanen. Oh. Wenn nicht hilft etwas. Ich verstehe. Dann runter. Ich gucke schon, was der so hat. Eine Schriftrolle, die hat keiner behalten. Die haben wir da geschoben. Sonst ist hier glaube ich nichts mehr. Haben wir das hochgejagt. Das sieht aber nach was aus. Übelblich, ja. Ein Laufskerze. Der hat immer noch keinen Schaufel. Ein Schaufel, der ist irgendwie verschwunden. Kein Name, was mit ihm passiert ist. Ja. Dann gehen wir mal wieder. Jetzt glaube ich noch ein Landteil, den wir abschalten können. Als erstes würde ich mal in die Richtung gehen. Dann gehen wir mal in die Richtung. 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 Da kommt das Dorf. Ich glaube es gibt auch noch einen Weg nach dem Strand und ich glaube es gibt auch noch einen Weg außerhalb des Strandes. Ich glaube es gibt auch noch einen Weg nach dem Strand und ich glaube es gibt auch noch einen Weg nach dem Strand. Die Stadt sind geschehen. Gex, einer von mir, nicht mich zurück. Geh es weg! Geh es weg! Ich glaube, ich gehe nicht weg. Das ist der zerstörte Turm, aber wir können auch hier den Außenposten mit kurzer Schnellreise. Und dann einmal hier durchs Tor. Der hat nichts. Hier waren wir noch nicht. Wir sind durch die Seite gegangen. Hier waren wir noch einen Stein im Fels. Ah, hier. Ich bin gerade dran vorbeigelaufen. Ich habe gerade gesagt einen Stein im Fels. Hier ist es. Na komm. Und das ist 20. Mit Leichtigkeit. Es fühlt sich, dass du mit 10 Leuten für die Blase warst. Mit einer noch nicht flingend. Der Weapon slips frei von der Stein. Wo ist das jetzt? Die Melodie gibt es dazu. 6 bis 18 Schaden. Oh Gott. Das ist ziemlich scheiße. Wenn sie es tragen. Wenn sie es tragen. Mit Pixel oder Ungelebt. Astarium. Mit Gens tragen. Ja. Immerhin. Da für mich ein Umweg gemacht. Was? Wie können wir da noch ein bisschen lang gehen? In diese Richtung. Da waren wir noch nicht. Schauen wir was es hier noch gibt. Oh. Oh. Wie mehr du traurigst. Zwei. Ich habe doch eine tolle Armbrust. Ich habe doch eine tolle Armbrust. Ich denke ich dir doch jetzt meine geben. Oh. Ich habe dich nicht an. Das ist ein Gebrüll. Wirklich, du bist gebrüllt. Versuchen wir das mal. nicht schlecht auf die rüber genau so Ich hoffe, hier wird keiner runtergeschubst. Das wird mal hier ein bisschen vom Wand weggehen. Zu schwer zum Stoßen. Ich hoffe, hier geht es weiter. Okay, ich habe jetzt was genau gemacht. Mit der Faust, fast, ganz oft genommen, eine Säge auf den Rest machen. Ah, nein, Schattenherz. Ich habe Geld dabei, nehme ich gerne. Ich bringe den anderen runter. Um Ritter unbefrieden, naja. Zu schwer. So, da geht es noch lang. Das ist nichts. Oh, eine Falle. Die Handschuhe gemacht habe ich noch an. Die sind genial, aber ich habe es trotzdem um die verkauft. Wow. Und dann das Bruni. Na toll, noch mehr Fallen. Oh, die kommen nicht mehr hoch. Ja, gut. Ah, das ist der Eingang hier. Wie komme ich wieder runter, ist die Frage. Ach, ein paar Pfeile. Nichts. In der Mitte. Hm hm. Friends. In der Ende ist doch. Ein bisschen Alk. Trinken. Nur den Finger lassen wir da. Nicht essen. Die Hand habe ich gebraucht. Sehr gut. Versperrt. Schmuck. Noch mehr dieses Werkzeug. Haben wir ja noch nicht genug. Der Standwert ist von 36. Ich glaube es waren 15. Ende 19 die Sache haben wir jetzt. Wir würfeln ziemlich gut. Ich glaube es waren 15. Klingeln. Ja gut. In der guten Dinge sind zwei. Nee, eins. Verschrift rollen. Schnappes. Nee, Alk. Neh, mal mit. Ob das wir kriegen können. Ist ne Menge Loot hier. Von dem Aufzug gehts wieder hoch und überreich. Ich bin auf dem Platz, ok, hier komme ich nicht runter. Dann muss ich hier mal hüpfen. Das könnte jetzt etwas schmerzhaft werden. Das könnte jetzt etwas schmerzhaft werden. Oh. Kommen wir uns wieder ins Mittwoiden... ...bereich. Hier waren wir wohl noch nicht. Und jetzt runter zum Strand. Da haben wir doch hier... ...alles aufgelegt. Das meiste zumindest. Kommen wir jetzt zu den Zwergen. Lassen die ich erstmal leben. Bisschen was Mutbares finde. Hier ist aber nichts Mutbares. Das ist nicht... Das ist nicht unbegründet und zerstörtes Tod. Na dann. Dann. Nein. Ich brauche nicht zu reden. Hier können wir mal reden. Hier sind weniger hier... Du sagst mir das vorhin. Geh weiter. Geck tut das hier. Du sagst mir das vorhin. Nichts für dich. Ja nicht. Ich nehme mein Boot. Kommt da was dagegen. A vessel wobbles... ...on the lake's murky waters. Ich spiele das hier. Ich habe Angst, ich spiele das hier. Jetzt haben wir noch die Diskussion. Geck? Ist das du? Hold on. Du bist nicht Geck. Ich fürchte, Geck ist tot. Die Mitglieder haben ihn erwischt. Ein Stamm im Namen der absoluten Event nicht passieren lassen. Such den Kommandanten. Ich glaube, sie wird die Stiefel zurück. Der ist da geblieben und erledigt noch was. Wer? Der Judis ist abgehauen, um sich vor seine Pflicht zu drücken. Wir freuen uns erst mal an. Die Wunderschöne Kona. Jetzt haben wir hier in dem Bereich ein bisschen was zu anliegen. Oh, das ist viel. Oh, ja. Das ist viel. Oh, ja. Die Katze hier wieder. Jetzt wird sie eingehend reingeladen. Die Schöner Stadtruhe. Ich werde nach der anderen Seite gehen. Wir haben eine Willkommung-Partei. Du verdammelst! Es ist die Zeit, dass du hierher bist! Wir haben Probleme! Spann es! Der Sergeant hat endlich auf die Realen Säule Nier gebetet. Wir haben ein paar Hochbomben, vielleicht können wir die nutzen. Es ist nicht wichtig, wer ich bin, ich gehe schon wieder auf, ganz klar, ich soll mich bei der Kommandantin melden, ich will zur Kommandantin, ich habe dich auf Stiefel, ich bin wahres Seel, ich werde Respekt dabei sein. Der Vergar ist nicht infektiv, aber deine Minds ressonieren. Ich werde sein, du bist einer dieser Kultfreak, du hast den Zingel. Dein Tuatsoul-Chum hat uns eine Menge Coins, du willst durch, mach eine Donation. Ich würde lieber schneide ich mir selbst die Kille auf, als dass ich mein Kille zu einem riesen Kille gebe. Ähm. Okay. Wir tun hier noch nicht. Einen Freund, dass da unten ist als Spieljord. Ich habe einmal einen Weg. Die Kabel Die Kabel Mit meiner Zerstörung Hahaha Pisspot Du flirrt Dann jump to it Always up to the lift And straight to the shadows If I was that slave I would be tempted to add a dash of something poisonous to their drinks True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble Wiedert mich an wie Kaira Und könnt ihr euch selbst mit euch selbst leben Solltet ihr nicht helfen die wahre Seen zu befreien Eure Gefangene ist höchst und heilsam Wie kriegt man so einen her? Das taugende Kuss Das ist mal wieder klar Ihr seht den ganz schönen Aufschneid aufs Pottier Pissot Keinen Grund so ruckig zu sein Ich bin auf eurer Seite Das müsst ihr nochmal wiederholen Na na Was soll denn diese Feindseligkeit Das wird so ausgesprochen Ich erzittere vor eurer Ehrfurcht Gebieten der Majestät Ich kann dir andere schlösen Namen True soul Wie Arsrag Oder Scheitpot So wie gesagt Pissot Ich habe mit den Arschlöchern nichts zu tun Sieht aus als wäre sie Schwierigkeiten Ich kann euch bestimmt helfen Namaskun für Sturmkling Ich bin keine wahre Seelen Ich gebe mir inzwischen solche Mühe nicht zu sein Aber hier stellt mir eine Bedeutung Wenn ich auf die Probe Gibt es nochmal eine Stütze euch auf Ist das so? Well Ich glaube das gibt keine Überlegung Ich habe eine neue Tunde zu wisteln Piss Die Drogen Auf Nächste Chance wird Dass ich ihre Sklaven haltet oder nicht Die Drogen Das stimmt die wirklich rein Nein, nicht looten! Es ist doch nur gelogen. Puh, okay. Ich habe keinen Kampf gegen ihn, oder? Das wäre gut. Am bliehen lassen können wir ihn einfach. Absolut muss man dich in. Ich? Wer noch? Meine Spidee haben ihn aus dem Schrauben. Dann hat sie ihnen ein oder zwei gemacht und ich lasse sie fliehen. Ich habe ihn riecht. Easy, Marge. Ich habe die Oberfläche in der Oberfläche. Ich habe sie hier als eine Warnung. Spinnen. Ain't no one drugs with clan Flameshade. Moving ahead. Spinnen. Let's go around. They appear to be in conflict. The largest spider versus the other three. Okay. I'll close with you four. I'll wait for the situation to get out of the way. I'll catch you next time. Ah. The Z-Wand-Gewinner. Spinnen. No one drugs with clan Flameshade. No one drugs with clan Flameshade. We have a Spinnen. Well then. We have to wait. We have to wait. We have to wait. Hey. Do you want to wait? Do you want to wait or what? Yeah. We have now... Spinnen friends. Ich hab das nicht geholfen. Ich hab das nicht geholfen. Wenn ihr Befreien offenbar habt, ihr einen Anhaltspunkt kommt darauf, dass ich eine wahre Seele bin, ihr wollt mein Gold, dann ist es nicht besiegen, das ist doch absurd, ich hast die wahre Seele im Kultesten. Ich bin nicht mit mehr Twah-Souls und du hast den Stench. Wenn ich nicht besser wusste, würde ich sagen, ein Mindflayer schadet ein Worm in deinem Gehirn. Du solltest du deine Kopf öffnen und schlafen sich da, wenn ihr nicht mehr Geld habt. In Relation in den Zonen, den Omen sind das nicht. Wenn ihr zurückgeht, dieses Mal ist es kälter, scharper. Die Stench, nicht lieb. Du bist einer von ihnen. Ich würde mich nicht voll absolut verneiden. Gut, ich bin ein Var-Seele und was denn? Nicht schlafen? Geh, du bist nicht, wenn ich zu verte sage, ne hier Wasser entdeckt. Dann drop es, Brithvar. Du br etwast das, und Nia zählst nicht eine verraste Koppe. Geh, du bist, bevor du bist, bevor du bist. Ah, ja. Okay, wer war die Vächterin der bei die Schule geben müssen? A Klan-Zen, nur was wir brauchen. Was ist das? das war ja ein schmerz das ist aber schlechter als das was wir haben große Knückel Bogen zu wenig Pult 380 1 1 1 1 1 1 Ich glaube nicht, dass wir den, dass wir das benutzen werden. Ich würde mir hier die armen Brust, und das ist auch nicht schlecht. Wenn wir sie hier leben, und doch mal ein Fernkampf passieren können. Nein, die Maske. Kommandantin. Hier geht das Kram vorne, die Gnomstiefel geben. Never thought I'd see these back nasty sneak gave even get the slip. Oh Gott. Rafty little shits, these ones. You need a stiff cane to keep them in line. Here then. His bounty's yours. Now move. I've got no time for- The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. Ancestral memories haunt your mind. Your people were once mind flayer slaves, and still carry the remnants of their illithid powers. A true soul, eh? A true soul, eh? Giusa's Racka, the lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geysers. We don't get him out soon. It's both our heads. No need for that. Nier's is the only head that matters to us. We were near protected. Places older than bone dust. Previous tenants left a trap. Drop a shit ton of metal once we dug a ways in. Get near out and you'll have the absolute blessing. No doubting that. Uh, I have a bit of spring power. That could help. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That will blow the drow out. Oha. What do we have here? The destruction of unguided Koshigo. What you want. Need that? Best answer your shield. Go, go, get. No doubting. There's your weapons. Yeah. Whatever you do. No motto. Just, so, what I dog one offer. Don't come out. No goal not! You see how, go. Don't move. And if you want. But you gave it. To get for down. No year long. Leweight. Der müsste doch jetzt hier ... Ludwig der Verteidigung Haben wir sie denn? Ach hier Ludwig der Verteidigung Fantastisch Ich habe so eine Schmerz Das war der Denk und Geduldige Verteidigung zu machen Was ist mit der Diskussion? Die Sonoma spricht in sofferen Geschwistern. Die Worte sind aber verloren im heißen Luft Lungbuck, hush! Wir sind beobachtet Wir arbeiten wie wir können, Mom. Sehr hart indeed Ein schüchterndes Rockbill-Infirmation sofort Das können wir gar nicht fehlen eine 24 Mom, unsere Freunde sind in der Caven, und ich weiß einen Weg, um sie rauszuholen. Bug, bitte, Trussolnir will, ihr wisst, was er tun wird. Lank, Bug, nicht! Ich habe es in den Ruinen gefunden. Das ist alles, was ich habe. Bitte, einfach hören Sie! Ein paar Tage vorhin gab es eine... eine Szene. Unser Freund Philemin, sie ist ein Sapper, hat einen Blast ausgeliefert und hat weggeflogen. Wir haben einen Platz, um zu schiehen, wenn jemand Probleme gefunden hat. Ich markiere deine Map. Wenn Philemin es geschafft hat, dann findest du sie dort. Sie hat die Sachen, um diesen Tunnel zu öffnen, um Veldron und den Rest rauszuholen. Mit uns können wir das nicht machen. Was ist gezeichnet? Ich habe dir gesagt, Bug! Lurida? Ich... Du besser nicht schrauben, eine verdammte Haare auf der Kopf! Hm. Okay, dann gehen wir mal... So, ja, ich weiß, wo sie ist. Ich hoffe, ich kriege das hin, den Sprengstoff zu bürgen. Sonst müssten wir... ... mit unseren Wickeln. Wir haben ein bisschen Sprengstoff dabei. Das könnte vielleicht klappen. Ich hoffe, ihr sucht sie zuerst. Ich hoffe, ihr sucht sie zuerst. Ich hoffe, ihr sucht sie zuerst. Ich muss nicht schaukeln. Röcke. Röcke. Jaa. Wow. Wenn ich sie tun... Geht doch. Glitzerling Raven. Mit 20, na toll. Das kann hier was werden. Oh. Der mit dem Brügel. Irgendwie. Der mit dem Brügel. 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 24. Der mit dem Brügel. Der mit dem Brügel. Der mit dem Brügel. Der mit dem Brügel. Ich habe den Wahrnehmungswurf geschafft, aber mit Schätern wollen wir nicht. Ah, hier. Sehr gut. Gut, wir sollten wahrscheinlich ein Lachsamer auf Schluss machen. So schwer sind die nicht. Ich kann die Spacelots verschwenden. Hm. Okay. 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 Ich bin zu weit weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020